Hallo YouTube, mein Name ist Manu von Jeanhilftir und ich begrüße euch ganz herzlich zu Mathematik im Schnelldurchlauf. Wir haben gesagt, wir nehmen uns heute so ein bisschen die Ebene Geometrie vor und damit fangen wir direkt mal an, beziehungsweise ich sag noch was im Voraus, das wird viel. Ja, das war's schon. Auf geht's, Ebene Geometrie. Ebene Geometrie umfasst die Berechnung zweidimensionaler Elemente. Also das ist, zur Berechnung gehören Flächeninhalt, Umfang und die Winkel der zweidimensionalen Elemente. Was das genau ist, also was Winkel ist, was Flächeninhalt, Umfang ist, werden wir noch klären. Zweidimensionale Elemente sind, und hier führe ich nur die Grundelemente auf, und zwar die Striche. Ich sag mal Striche dazu, so heißt es, also Striche, die werden letztendlich noch unterteilt in geraden Strecken und Strahlen, das seht ihr ja hier, aber das sind erstmal die Grundelemente. Und damit fangen wir auch direkt an, und zwar die Geraden, die Strecken und die Strahlen. Eine Gerade ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Strich ist, der keinen Anfang und kein Ende hat. Man bezeichnet ihn mit G und zeichnet ihn als einen Strich, zeichnet sie als einen Strich, die Gerade. Die Strecke hingegen, anders als bei der Gerade, hat sowohl einen Anfang als auch einen Endpunkt. Man zeichnet sie also mit Anfangs- und Endpunkt, A und B, und bezeichnet natürlich die Strecke, hier in diesem Fall mit H. Man schreibt, H ist gleich Strecke AB, und um auszudrücken, dass es die Strecke von Punkt A zu Punkt B ist, macht man diesen Strich über AB. Und dann gibt es noch den Strahl, das ist sowohl gerade als auch Strecke, beziehungsweise nichts von beiden, nichts Halbes und nichts Ganzes, so wirklich. Strahlen oder der Strahl hat einen Startpunkt, aber keinen Endpunkt. Trotzdem muss so ein Strahl ja eine Richtung haben und deswegen hat dieser Strahl natürlich auch zwei Punkte. Das heißt, er startet auf einen Punkt, geht durch einen anderen Punkt, ist aber trotzdem unendlich lang letztendlich. Das heißt nicht, dass der bei B zu Ende ist. Geschrieben wird das Ganze so, I ist gleich, keine Ahnung wie das gesprochen wird, das ist halt, müsst ihr euch auch nicht merken, Es ist halt nur so, dass dieser Strahl, also diese eckige Klammer auf, besagt, dass bei A das Intervall geschlossen ist und B in dem Sinne offen, beziehungsweise, dass es über B hinausgeht. So, jetzt hatten wir auf der vorherigen Folie noch was von Winkeln stehen. Was das ist, sage ich euch jetzt, und da brauchen wir gleich mal auch die Strahlen, beziehungsweise die Strecken, die geraden. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir zwei Striche haben, die in bestimmten Beziehungen zueinander stehen, die in bestimmten Verhältnissen zueinander stehen, die in bestimmten Winkeln zueinander stehen. Ich habe gerade versucht, ein Synonym zu finden, habe ich nicht gefunden. Ich mache mal schon das Nächste. Es gibt nämlich sogenannte Spitzewinkel, Rechtewinkel, Stumpfwinkel, Gestrecktewinkel, Überstumpfwinkel und Vollwinkel. Das ist jetzt alles ein bisschen viel, für diejenigen, die es noch nicht kennen. Wir denken uns, wir fangen mal hier bei den 360 Grad an, nein, wir fangen bei den 90 Grad an. Wir haben einen Strich, eine Gerade in dem Fall, und wir haben eine andere Gerade. Die Gerade würde jetzt nach oben und nach unten weitergehen, und auch hier in beide Richtungen. Ich habe eben nur den Ausschnitt jetzt hier gezeichnet. Diese beiden Geraden stehen in einem Verhältnis zueinander, in einer Beziehung, die man Winkel nennt. Das heißt, sie stehen genau senkrecht aufeinander, genau im Winkel von 90 Grad. Und 90 Grad haben wir hier, Alpha ist gleich 90 Grad, als Alpha wird für gewöhnlichen Winkel bezeichnet, also mit griechischen Buchstaben, haben wir hier aufgelistet, dass Alpha ist gleich 90 Grad genau der rechte Winkel ist. Und wenn Alpha jetzt kleiner als 90 Grad wäre, wenn wir also den Winkel so und die zweite Gerade hier so lang verlaufen hätten, die habe ich jetzt nicht mitgezeichnet, dann wäre das ein spitzer Winkel. Wenn Alpha jetzt größer ist als 90 Grad, dann ist das ein stumpfer Winkel. Allerdings nur, wenn Alpha auch kleiner ist als 180 Grad. Wir drehen also diesen unteren Teil, beziehungsweise diese untere Gerade, bis wir hierhin kommen. Das heißt, wir haben hier eine Gerade und wir haben da eine Gerade. Das heißt, die Geraden sind eigentlich beides dieselben Geraden. Wir haben nur einen unterschiedlichen Ausschnitt gezeichnet. Und diese Geraden stehen jetzt direkt nebeneinander. Und dann haben wir einen Winkel von 180 Grad und dieser Winkel ist ein gestreckter Winkel. Und sobald der Winkel größer ist als 180 Grad, wenn wir quasi jetzt hier den 270 Grad Winkel uns angucken, der sieht quasi genau so aus wie der 90 Grad Winkel. Das Problem ist nur, beziehungsweise der Unterschied ist, dass wir jetzt den äußeren Winkel betrachten und nicht den inneren Winkel. Dann ist das Ganze ein überstumpfer Winkel. Und bei 360 Grad reden wir von einem Vollwinkel. Das heißt, hier haben wir auch wieder, beide Geraden sind quasi gleich. Wir betrachten aber diesen äußeren Winkel jetzt. Nicht den inneren und auch nicht den anderen inneren, sondern den äußeren. Das ist quasi ein Vollwinkel. Kommen wir auch noch nachher nochmal zu. Den 90 Grad Winkel kann man übrigens auch so bezeichnen, indem man zwei Geraden hat und den Winkel einfach mit einem Punkt kennzeichnet. Man sagt auch, A steht senkrecht zu B, A senkrecht B. Da haben wir das Zeichen. Und eine ganz bestimmte Lagebeziehung, die es noch gibt, die müssen sich ja nicht kreuzen, die beiden Geraden. Die können ja auch ewig nebeneinander herlaufen, ohne dass sie sich irgendwann mal kreuzen oder treffen oder wie man das auch immer beschreiben möchte. Und das habe ich hier mit C und D erklärt und man sagt dazu, C ist parallel zu D. C parallel D, so wird es geschrieben. Berechnungen der ebenen Geometrie. Wir hatten soeben die Strecken, die Strahlen und die Geraden. Jetzt gibt es wirkliche Ebene-Elemente, die nicht nur aus einem Strich bestehen, sondern aus mehreren. Und da haben wir zuerst mal dieses tolle Teil, dann haben wir dieses tolle Teil, dieses, dies, 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 dies. Was es da nicht gibt, ich, äh, oh, das wollte ich gar nicht. Ich lasse die alle mal aufploppen hier. Ja, toll, ne? Also wir haben definitiv Vierecke und wir haben definitiv Dreiecke und da haben wir auch noch einen Kreis. Ähm, widmen wir uns erstmal den Vierecken. Und zwar gibt es da eine, ein Viereck, ähm, allgemeines Viereck kann man dazu nicht sagen. Es ist eine Sonderform mit zwei unterschiedlich langen Seiten. Das Ganze wird als Rechteck bezeichnet und ist definiert dadurch, dass es, ähm, dass es ein Viereck ist mit vier rechten Winkeln. Deswegen auch Rechteck. Das heißt, der Winkel zwischen diesen beiden Seiten ist 90 Grad groß. Der Winkel zwischen diesen beiden Seiten ist 90 Grad groß. Zwischen diesen beiden auch und zwischen diesen beiden auch. Daraus ergibt sich zwingendermaßen, gezwungenermaßen, ergibt sich daraus, dass die obere Seite genauso lang ist wie die untere Seite. Und dass die rechte Seite genauso lang ist wie die linke Seite. Gut, ich habe rechts und links gerade vertauscht, ist auch egal. So, und jetzt geht es darum, Flächeninhalt zu berechnen und Umfang zu berechnen. Flächeninhalt ist, äh, der Inhalt, den wir hier letztendlich in diesem Rechteck haben, in diesem Element. Und der Umfang ist letztendlich die Länge der Seiten. Wie berechnet man das? Den Flächeninhalt berechnen wir einfach mit a mal b. Und den Umfang berechnen wir mit 2 mal a plus b. Wir haben quasi a plus b und dann haben wir die Hälfte des Umfangs, weil ja das gleiche hier nochmal kommt und dann rechnen wir das mal 2. Der Flächeninhalt ist auch einfach zu erklären. Wir haben quasi eine Seite a und haben die, wenn wir die jetzt in der Fläche nehmen, wenn genau so lange wie b ist, wird diese Fläche a quasi, diese Seite a quasi verschoben, um auf den Flächeninhalt zu kommen. Deswegen rechnen wir a mal b. Davon eine Sonderform von diesem Rechteck ist das Quadrat, das sich dadurch definiert, dass nicht nur 4 rechte Winkel vorhanden sind, sondern auch alle 4 Seiten gleich lang. Das ist dann noch ein bisschen einfach. Wir rechnen, also wir würden quasi a mal a rechnen, was ja a Quadrat ist und der Umfang heißt 4 mal a. So, jetzt kommt es zur nächsten Form und zwar dem Parallelogramm. Dem Parallelogramm. Dieses Parallelogramm, beziehungsweise was ist ein Parallelogramm? Ein Parallelogramm definiert sich dadurch, dass es 4 Seiten hat, wovon 2 gegenüberliegende Seiten jeweils parallel sind. Das heißt, die Winkel müssen nicht mehr alle 90 Grad sein, können. Das heißt, das Rechteck ist eine Sonderform des Parallelogramms, definitiv. Aber sie müssen nicht mehr 90 Grad alle sein. Fakt ist aber, dass a, diese und diese Seite parallel zueinander sind und b, diese und diese Seite auch parallel zueinander. Und an der Beschriftung, die ich hier getan habe, a und b, merkt man auch die zweite Voraussetzung für ein Parallelogramm. Und zwar, dass die gegenüberliegenden Seiten nicht nur parallel, sondern auch gleich lang sind. Ich habe hier mal eine Höhe eingezeichnet. Diese Höhe ist wichtig zur Berechnung des Flächeninhaltes. Man rechnet quasi die Fläche a mal der Höhe h. Und das ist ganz logisch, denn stellen wir uns mal vor, also so mache ich das immer, wenn ich einen Flächeninhalt berechne, muss man immer sehen, dass man auf möglichst einfache Formen kommt. Das heißt, auf Dreiecke oder Vierecke. Beziehungsweise auf Quadrate oder rechtwinklige Dreiecke. Oder eben auf Rechtecke. Dann geht das Ganze am einfachsten. So, und deswegen zerschneide ich mir das immer in Gedanken. Ich mache also hier einen Cut, trage die Höhe hier ab und schneide hier das Stück weg. Habe hier ein Dreieck, was ich genau an die andere Seite anlegen kann. Habe von dem Flächeninhalt an sich nichts verloren. Habe den gleichen Flächeninhalt, allerdings kein Parallelogramm mehr, sondern ein Rechteck. Und habe dann hier die Höhe h und hier die Seite a. Das von mir aus der Tipp, das muss nicht jeder so machen. Wenn ihr damit nicht klarkommt, dann lasst es einfach sein. Die nächste Form ist ein Trapez. Und hier wird es schon ein bisschen noch schwieriger. Wir haben also, okay, das wollte ich noch gar nicht. Wir haben also das Trapez, was dadurch definiert ist, dass wir die Seiten a und c, also zwei gegenüberliegende Seiten haben, die parallel zueinander sind. Punkt. Das ist ein Trapez. Mehr kann man dazu im Moment nicht sagen. Mehr, letztendlich, also mehr, mehr Bedingungen dafür, dass es ein Trapez ist, gibt es nicht. Dementsprechend, weil es auch nicht mehr Bedingungen gibt, ist es auch schwieriger, sich das auszurechnen. Wir haben hier wieder h, die Höhe, angegeben. Und ich beginne mal mit dem Umfang, wo wir sagen, es ist a plus b plus c plus d. Wir haben vier unterschiedlich lange Seiten und dementsprechend ist der Umfang jede Seite plus, also alle Seiten zusammen addiert. Der Flächeninhalt ergibt sich dadurch, dass wir erstmal den, ja, so den Zwischenwert zwischen a und c berechnen. Wir haben also eine Länge a, eine Seite a und eine Seite c. Die Seite a hat eine Länge, die Seite c hat eine Länge. Und wir wollen jetzt genau den Wert, der quasi zwischen a und c liegt. Und das ist a plus c geteilt durch 2, haben wir quasi den Mittelwert dieser beiden ausgerechnet. Und das rechnen wir mal h und kommen so auf den Flächeninhalt. Es geht weiter mit weiteren Berechnungen der ebenen Geometrie und das heißt, wir haben noch zwei weitere Elemente. Zum einen eine Sonderform, Moment, des Parallelogramms und zwar die Rauten, auch Rhombus genannt, andersherum Rhombus auch Raut genannt. Hier ist es so, dass ich nicht nur eine Höhe, sondern eine Breite auch eingetragen habe. Die Bedingungen dafür sind, dass alle Seiten gleich lang sind, die gegenüberliegenden Seiten parallel und natürlich gleich lang. Haha, wenn alle gleich lang sind, sind auch die gegenüberliegenden Seiten gleich lang. So, hier ergibt sich a aus der Hälfte von e mal f. Das heißt, wir könnten das Ganze wieder zerschneiden, einmal bei e, einmal bei f und hätten lauter Dreiecke, die wir letztendlich als ein, also wenn wir a, wenn wir das untere hier an diese Seite legen und das obere an diese Seite, die wir letztendlich zu einem Rechteck formen könnten, was ich ergebe aus der Hälfte von e und komplett f. Ein halb e mal f. u ist natürlich 4 mal a. Logisch. Dann haben wir noch das Drachenviereck, das gekennzeichnet dadurch, dass die zwei Winkel gleich groß sind, genau, und jeweils zwei Seiten, zwei nebeneinanderliegende Seiten gleich lang. Genau, das ist das Drachenviereck. Hier berechnet man das Ganze auch mit ein halb e mal f, zumindest den Flächeninhalt. Der Umfang ist zwei mal a plus c. Ist auch, denke ich mal, nicht schwer. Kommen wir zum nächsten Element, dem Kreis. Und hier wird es ein bisschen heftiger. Denn der Kreis, ich habe hier mal einen aufgezeichnet, das ist nicht weiter schwer, das Schwierige bzw. das Komische kommt jetzt. Denn Striche können nicht nur verschiedene Lagebeziehungen zueinander haben, sondern Striche können auch bzw. Geraden können auch verschiedene Lagebeziehungen zum Kreis haben. Zum Beispiel dieser Strich, diese Gerade. Diese Gerade verläuft neben dem Kreis und wird mit p bezeichnet. Man nennt sie auch die Passante. Und jetzt weiß man auch so ein bisschen, woher dieser Begriff Passant kommt. Also der, der überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. War einfach ein Passant, der vorüberging. Das ist die Passante, die Gerade p. Dann gibt es hier eine weitere Gerade, die den Kreis genau in einem Punkt berührt. Man sagt auch, sie tangiert den Kreis. Deswegen heißt sie auch Tangente. Jetzt wisst ihr auch, woher der Spruch kommt. Und das tangiert mich wirklich nicht. Gut, man kann den Spruch auch irgendwie anders ausführen. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall noch eine dritte Gerade. Die bezeichne ich mit G, weil sie Sekante heißt. Richtig. Sie heißt Sekante und wird trotzdem mit G bezeichnet. Ist ein bisschen komisch. Warum? Mit G kommt gleich. Sekante ist auf jeden Fall dadurch gekennzeichnet, dass sie den Kreis in zwei Punkten berührt. Dann gibt es noch im Kreis, also dieses G, also diese Sekante. Sekante kann im Kreis noch verschiedene Formen haben, sag ich mal, beziehungsweise kann auf verschiedene besondere Arten und Weisen stehen. So einen als die Sekante, die durch den Mittelpunkt geht. Zum anderen, das ist jetzt erstmal nebensächlich, zum anderen als die Sekante, die nicht durch den Mittelpunkt geht. Das heißt, Sekanten werden nochmal aufgeteilt in den Durchmesser und in die Sehne. Und dann gibt es noch einmal eine Strecke, beziehungsweise, ja, eine Strecke, die von einem Kreis, vom Kreisrand zum Kreismittelpunkt geht. Ich habe ein bisschen was Falsches erzählt, der Durchmesser und die Sehne sind natürlich keine Geraden, sondern es sind alles Strecken. So, das ist die zweite Einteilung des Kreises und jetzt kommt noch was ganz heftiges und zwar die Winkel. Und zwar sehen wir hier einmal, ich habe hier gekennzeichnet, einen Kreisbogenabschnitt. Diesen Bogenabschnitt habe ich mit B gekennzeichnet. Und jetzt gibt es über diesem Bogenabschnitt verschiedene Winkel, zum Beispiel der Zentriwinkel oder der Peripheriewinkel. Der Zentriwinkel über einem Bogen B definiert sich dadurch, dass der Winkel im Mittelpunkt ist. Das heißt, von den beiden Bogenenden ziehe ich einen Strich zum Mittelpunkt und habe hier im Mittelpunkt den Winkel Beta. Dies ist der Zentriwinkel. Brauchen wir nachher noch. Dann gibt es Peripheriewinkel. Das ist der Winkel über dem Bogen, der an einer beliebigen Stelle des Kreises steht. An einer beliebigen Stelle deshalb, also auf dem Kreis natürlich, weil alle Peripheriewinkel über demselben Bogen gleich groß sind. Und jetzt kommt die Berechnung. Wir haben den Kreis, wir haben einen Umfang des Kreises, mit U bezeichnet, wir haben einen Durchmesser des Kreises und wir haben den Radius des Kreises. Aufmerksame Zuschauer mögen bemerkt haben, dass der Radius des Kreises, beziehungsweise der Durchmesser des Kreises, das Doppelte des Radiuses ist. Wenn man den Radius bis zum anderen Ende des Kreises ziehen würde, hätte man noch einmal den Durchmesser. So, und jetzt kamen ganz schlaue Leute und haben sich gesagt, ich brauche da was, damit ich den Kreis berechnen kann, also suche ich mir mal was raus. Und haben für diverse Kreise, die sie gezeichnet haben, haben sie den Umfang gemessen und haben den Durchmesser gemessen. Und haben für sämtliche Kreise das Ganze gerechnet, dass sie den Umfang durch den Durchmesser geteilt haben und kamen immer wieder auf ein und dieselbe Zahl. Und diese Zahl wird deswegen definiert als Pi. 3,141, so kann man sich diese Zahl merken, beziehungsweise, ja was heißt merken? 3,14 sollte man eigentlich im Kopf haben als Pi. Daraus ergibt sich, wenn man das einsetzt, jetzt, dass wir einen Umfang haben von Pi mal D, beziehungsweise einen Umfang von 2Pi mal R, weil D ja 2R ist. So, und jetzt gab es noch andere schlaue Leute, die haben gesagt, ja, ist ja schön, wenn wir den Umfang haben, aber wir möchten gerne noch den Flächeninhalt ausgerechnet haben. Und das haben sie gemacht, indem sie diesen Kreis in Tortenstücke zerlegt haben. Diese Tortenstücke aneinander gelegt haben. So, ich habe hier mal so eine kleine Skizze davon gemacht. Wir haben acht so eine Tortenstücke hier. Wenn diese Tortenstücke jetzt immer mehr und immer kleiner werden, dann wird das Ganze zu einem Rechteck. Das heißt, wir haben hier einmal die, den Umfang des Ganzen, äh, die Hälfte des Umfangs, weil die eine Hälfte an der Seite ist, die Hälfte des Umfangs, die andere Hälfte an der anderen Seite. Und wir haben als Höhe den Radius des Ganzen. Und daraus ergibt sich natürlich auch jetzt der Flächeninhalt, der mit Radius mal Umfang halbe zu bezeichnen ist. Beziehungsweise mit Durchmesser mal Umfang viertel. Das Ganze jetzt mit dieser neuen Erkenntnis, die wir vorhin schon hatten, dass u durch d gleich pi ist, sieht so aus, dass der Flächeninhalt durch pi r Quadrat, also pi mal Radius zum Quadrat, beziehungsweise durch pi viertel d Quadrat zu berechnen ist. So viel dazu. Jetzt, ähm, wird es richtig kompliziert. Und zwar für diejenigen, die heute zum ersten Mal etwas über Winkel gehört haben, denen sei gesagt, es wird viel komplizierter. Beziehungsweise wir lernen jetzt ein noch anderes Winkelmaß an sich kennen, und zwar das Bogenmaß. Dafür habe ich hier einen schönen Kreis aufgezeichnet, mit einem, also mit dem Zentriwinkel Alpha über dem Bogen b. Und das ist genau das, wobei es beim Bogenmaß geht. Es geht um das Verhältnis von Bogen b, Kreisabschnitt, zum Radius. Es wird gesagt, der Winkel Alpha ist definiert, also im Bogenmaß, durch Länge des Bogenabschnittes, geteilt durch den Radius. Wir wissen jetzt, dass u durch d gleich pi ist, haben wir eben herausgefunden, beziehungsweise uns sagen lassen, von schlauen Leuten. Wir wissen, dass u gleich der maximale Wert von b ist, also wenn b quasi maximal ist, dann haben wir ja einen Vollwinkel, würde man sagen, 360 Grad. Und dann hätten wir ja natürlich u von dem Kreis. Und wir wissen, dass r gleich d halbe ist. Das Ganze setzen wir jetzt einfach mal ein und kommen auf a Max, also wir haben dann nicht Alpha, sondern Alpha Maximum, ist gleich u, weil wir ja von b ausgehen, ist gleich u, durch d halbe. Und r ist d halbe, deswegen steht da d halbe. Wenn man das Ganze jetzt vereinfacht, dann kommt die 2 nach oben, das heißt 2 mal u durch d und u durch d steht da oben ist pi. Das heißt, ein kompletter Kreisbogen, also ein Vollwinkel, ausgedrückt im Bogenmaß, ist 2pi. Und so wird das letztendlich auch bezeichnet. Ich habe hier mal ein paar besondere Bogenmaßwinkel, ein kompletter Kreis, hatte ich schon gesagt, 360 Grad sind 2pi. 180 Grad ist pi, ist genau die Hälfte, und 90 Grad ist pi halbe. Das steht also in einem Verhältnis. Bogenmaß, vielleicht für den einen oder anderen wichtig, das sind heute ein paar Themen, die alle unabhängig voneinander so ein bisschen sind, vielleicht doch ein bisschen abhängig. Auf jeden Fall brauchen wir alles, ich denke wirklich fast alles davon, später in den folgenden Folgen. Dreiecke, meine Damen und Herren. Was sind Dreiecke? Dreiecke sind Ebene, Formen mit drei Ecken, dementsprechend auch mit drei Seiten. Und nun kann man Dreiecke einteilen nach Seiten. Je nachdem, was die Seiten für Eigenschaften haben, wie viele Seiten gleich lang sind, werden Dreiecke eingeteilt in allgemeines Dreieck, das heißt drei unterschiedlich lange Seiten, in ein gleichschenkliches Dreieck, das heißt zwei der drei Seiten sind gleich lang, oder in ein gleichseitiges Dreieck, das heißt alle drei Seiten des Dreiecks sind gleich lang. Man kann das Ganze auch nach Winkeln einteilen. Da haben wir einmal das stumpfwinklige Dreieck, das heißt einer der drei Winkel ist größer als 90 Grad. Dann haben wir das rechtwinklige Dreieck, das heißt ein Winkel ist genau 90 Grad. Und dann haben wir das spitzwinklige Dreieck, das heißt alle drei Winkel des Dreiecks sind unter 90 Grad groß. So, wozu wir das brauchen, das gibt dafür bestimmte Berechnungen, die stehen in jedem Formelheft, habe ich hier nicht nochmal extra aufgeführt. Ich habe hier jetzt extra aufgeführt die Berechnung am rechtwinkligen Dreieck, weil es dort ein paar Besonderheiten gibt. Das ist nicht umsonst eine Sonderform, sondern die Sonderform ergibt sich natürlich daraus, dass ein rechter Winkel da ist und rechte Winkel lassen sich immer gut berechnen. Wir klären erstmal die Begriffe und zwar haben wir hier drei Seiten. Zwei Seiten, die am rechten Winkel liegen und eine dritte Seite. Diese zwei Seiten, die am rechten Winkel liegen, A und B in diesem Fall, nennt man Katheten. Die dritte Seite nennt man Hypotenuse. Sind Begriffe, die man sich merken sollte. So und jetzt möchten wir die üblichen Berechnungen durchführen, den Flächeninhalt und den Umfang. Und wenn wir uns das mal angucken, ist so ein rechtwinkliges Dreieck genau die Hälfte eines Rechtecks. Das heißt, wir können auch einfach die Flächeninhaltsberechnung eines Rechtecks nehmen und das Ganze durch 2 rechnen und kommen auf den Flächeninhalt. Quasi A mal B durch 2 und der Umfang klar A plus B plus C. Und jetzt gab es da noch einen schlauen Mann, der hat gesagt, die Summe der Quadrate der Katheten ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Das hat er nicht nur gesagt, das hat er auch getestet und bewiesen und das ist wirklich so. Und ich meine natürlich den Pythagoras. Der Pythagoras war so ein schlauer Mann, dass man gesagt hat, diesen Ausspruch benennen wir nach ihm und nennen ihn den Satz des Pythagoras. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Die Summe der Quadrate der Katheten ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Okay. Hammer. Danke sehr für diese Erkenntnis, Pythagoras. C² ist gleich A² plus B². Wir haben die Summe der Quadrate der Katheten, die da ist. A² plus B² ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Das heißt, C² ist hier natürlich jetzt andersrum aufgeschrieben. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Pythagoras. Weiter geht's mit trigonometrischen Beziehungen. Jetzt gehen wir auf die Winkel ein. Wir brauchen noch ein paar mehr Begriffe. Und zwar müssen wir die Katheten A und B auch nochmal unterscheiden. Und die unterscheiden wir je nachdem, welchen Winkel wir betrachten. Betrachten wir Winkel A, so ist B die Ankathete, das heißt die Kathete, die direkt am Winkel anliegt. Und B und A ist die Gegenkathete, die nicht am Winkel anliegt, beziehungsweise die Kathete, die dem Winkel gegenüberliegt. Für Beta sieht das Ganze andersrum aus. Da ist A natürlich die Ankathete und B die Gegenkathete. So, und jetzt hat es Leute gegeben, also ich beziehe mich heute sehr viel auf Leute. Und diese Leute haben sich gedacht, es muss doch irgendwelche Beziehungen zwischen den Katheten geben, beziehungsweise zwischen den Hypotenusen und dem Winkel. Und da haben sie gesehen, wenn ich A durch C rechne, habe ich einen Wert, der in einem bestimmten Verhältnis den Winkel angibt. Wenn ich B durch C rechne, habe ich einen Wert, der in einem bestimmten Verhältnis den Winkel angibt. Beziehungsweise ich gehe anders an die Sache ran. Wenn ich einen Winkel Alpha habe und Alpha gleich groß ist, aber es unterschiedliche Dreiecke gibt, dann ist das Verhältnis von B zu C oder von A zu C oder von A zu B immer gleich groß. Das bedeutet, und jetzt kommt ein Begriff, den vielleicht einige noch nicht gehört haben, hatten vorher, A durch C beschreibt den Sinus von Alpha. Das heißt, die Gegenkathete durch die Hypotenuse ist der Sinus. Die Ankathete durch die Hypotenuse ist der Cosinus. Und die Gegenkathete durch die Ankathete ist der Tangens. Das heißt, je nachdem, was in welchem Verhältnis die Seiten zueinander stehen, ergibt sich ein Winkel daraus. Das ist auf jeden Fall komplett logisch. Wir haben zwei Seiten, wir haben nur zwei Seiten. Wir haben die Seite A und die Seite B. Und je nachdem, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, ist gezwungenermaßen die Seite C und der Winkel Alpha, die sich daraus ergeben. Und das heißt, A durch B ist Tangens Alpha. Es gibt diese Tangens-, Cosinus- und Sinus-Taste auf dem Taschenrechner. Und wenn man das Ganze umstellt, dann rechnet man nicht etwa durch Sinus, sondern man rechnet den Sinus hoch minus 1 von A durch C. So, und jetzt betrachten wir das Ganze mal ein wenig so, dass wir uns logisch für jeden einen markanten Wert ausdenken. Wir beginnen beim Sinus. Wenn, nein, also wir gucken, für welchen Winkel der Sinus von Alpha jetzt 1 ergeben würde. Das würde ja bedeuten, dass A durch C gleich 1 ist. Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, dass A durch C gleich 1 ist. A durch C ist genau dann 1, wenn A und C gleich lang sind. Das heißt, C müsste, wenn C genauso lang ist wie A, auf A liegen. B wäre genau 0 und das Ganze wäre kein Dreieck mehr. Ja, ist jetzt nicht so wirklich die trigonometrische Beziehung, die wir uns vorstellen, weil es ja kein Dreieck mehr ist. Andererseits ist es wirklich so, dass wir uns das angucken können. Das heißt, C geht von dieser Schräge aus, wird immer gerader, bis C irgendwann genauso gerader ist wie A. und A, Alpha wird in dem Fall immer größer und tendiert zu 90 Grad. Das heißt, wir kommen auf einen Sinus von 90 Grad, der genau 1 ist. Das Ganze für den Cosinus sieht so aus, dass das Verhältnis von B zu C genau dann ist, wenn der Cosinus von Alpha, äh, wenn Alpha gleich 0 Grad ist. Das heißt, B und C müssen gleich lang sein, dementsprechend ist Alpha 0. Das ist vielleicht einfacher zu verstehen. Und der Tangens ist noch einfacher. Wenn Alpha, also wenn A, Seite A und Seite B gleich lang sind, dann haben wir hier zwei Winkel, die gleich groß sind, die nämlich beide 45 Grad groß sind. Dementsprechend ist der Tangens von 45 Grad 1. Berechnung am allgemeinen Dreieck. Und da habe ich jetzt einfach nur, ohne das groß erklären zu wollen, einmal den Sinussatz, einmal den Cosinussatz aufgeführt. Und zwar beschreibt der Sinussatz die Verhältnisse zwischen einer Seite und dem gegenüberliegenden Winkel, die immer gleich sind, die Verhältnisse. Und der Cosinussatz ist ein bisschen komplizierter. Der beschreibt das Ganze mit den Quadraten und einem Cosinus. Das Ganze ist, so wie es da steht, als gesetzt hinzunehmen. Und wer zu dieser Folge Fragen hat, was ich definitiv verstehen, würde, wer zu dieser Folge Anregungen hat, was ich auch verstehen würde, der kann die in den Kommentaren gerne schreiben. Wenn ich irgendwas nicht ordentlich ausgeführt erklärt habe, dann werde ich das in einer späteren Folge nachholen, beziehungsweise eine Teil 7,5 oder 8,5, ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir sind, werde ich das nochmal machen. Diese Folge ist auf jeden Fall an dieser Stelle vorbei. Und wir gucken uns noch einmal an, was wir in der nächsten Folge machen. Die Funktionen, und zwar lineare und quadratische Funktionen. Wir beschäftigen uns mit den Funktionsgrafen und Eigenschaften von Funktionen, die da wären, Definitionsbereich, Wertebereich und Nullstellen. Das soll es gewesen sein für heute. Und diejenigen, die ein paar exklusive Informationen haben möchten, was so in der nächsten Zeit rankommt bei mir, was so in der nächsten Woche kommt für ein Video, beziehungsweise was ich so vorhabe, die können auf meine Facebook-Seite gehen, facebook.com oder .de, ja, facebook.de, schrägstrich, Jean, hilf dir. Und können sich dort das Ganze angucken. Die, die das nicht wollen, die lassen es einfach, sollten es aber keinem erzählen, weil das ja echt peinlich ist, wenn ich auf die, ja, egal. Und ich verabschiede mich mit den Worten, ich bin Manu von Jean, hilf dir. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal mit einer Filmvorstellung. Bis zum nächsten Mal.